Aus Science Fiction Wirklichkeit zu machen, das ist Hacking. Das Zuhause und die Ferne. Die Wirklichkeit und die Illusion. Die eine und die andere Seite des Spiegels. Was aber, wenn es keine Rückkehr mehr nach Hause gibt? Weil sein und Schein die rote und die blaue Pille inzwischen miteinander verschmolzen sind. Die Wirklichkeit und die Wirklichkeit und die Wirklichkeit. Also bitte, ich höre dich nicht am Telefon. Hast du mich am Telefon? Ich höre dich, ja. Auf die Telefon oder überall auf Fernsehen. Ich wollte mit euch ein bisschen Dance talken. Ja, was heißt, erzähl mal. Ich habe hier ein riesen Archiv mit Videos, mit Kassetten. Wir haben unsere Körper anzubieten. Wir können Sanchez Performance machen. Das sieht aus wie ein Körper auf dem Fernsehen. Ein bisschen diseases. Heute Morgen haben wir nicht im Moment. Heute Morgen haben wir nicht im Moment ein... Das sind die vier Zeiten. Ja, sie ist jetzt in diesem Moment... Nee, ich bin aber noch etwas gewünscht worden. Das ist ein paar De bru지. Okay, warte mal. Hallo! Die meisten Leute schlafen noch. Wir können Energie ziemlich weit versenden im Moment. Hallo. 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 Okay, wer ist denn da? Hallo. 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 Hey, Bank aus Frankfurt. Okay, habt ihr was zu fragen? Hallo. Lass uns doch mal was veranstalten hier. Hallo. Was ist denn da? Eden. Mein Name ist Eden. Hi, Martin. Hallo. 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 Ja, du kannst dir was wünschen von mir. Soll ich dir indische Musik spielen oder sowas? Guns and Roses. Wow, Guns and Roses. Habt ihr auch noch was mehr independent? Weil Guns and Roses das hört für den ganzen Kart auf dem Fernsehen. Rolling Stone. Da hört's. Pass auf, im Hintergrund. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Äh, einfach Musik. Hi Boris. Einfach Musik. Ja. Hallo, hier ist die Golden Dawn Factory. Ja, komm her. Ja, komm her. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Haa. Da ist ein Unterhaus. Gammasingen kriegt den Rest der Welt. Da ist die Psychic Warriors aus Gaia. Rock'n'Roll? Rock'n'Roll? Ja, von den Beach Boys. Hey, hier ist alles Rock'n'Roll. Guck dir mal die Farben an. Und hör mal auf die Musik. Ein bisschen zu einfach. Ein bisschen zu einfach. Es geht so ein bisschen darum. Ich wollte es auch noch nehmen zum Boot. Alle Grüße in Dortmund. Okay, die Psychic News out there. Hey, hey. Wir werden den nächsten Sonntag. Hallo. Mehr Sendungen haben. Macht was neu. Ja, hören euch. Okay, passt mal auf. Ich erzähle euch mal was. Die heutige Zeit mit ihrer Entwicklung. Die Technologie und ihre Kommunikation. Nein, Alter, ich bin durch hier. 1992. Ja, wie geht's los? Ja, wie geht's los? Komm hierher. Wir haben aus dem schönen Sauerland. Hey, schönes Sauerland. Willkommen in Cyberspace. Boah, meinst du das Wetter hier super? Brauch ich auch? Aber im Cyberspace gibt's kein Wetter. Ja, das ist doch super. Ja, das ist doch super. Ja, danke dir. Hallo. Hallo. Deutschland, der erste, der das deutsche Telefonkartensystem geknackt hat. Die moderne Technologie des Films, des Kinos, des Fernsehens und der Telekommunikation entfesselt die Macht der Geister. Hallo. Hey, Geister und deren Ideen. Okay. Deutschland, insbesondere Lütenstein von dem Märkischen Kreis. Hallo. 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 Ich grüße den Grabenlandes, hey ho. Hey ho, east, south, north, west. Okay. Guten Morgen, Leute. Ja, guten Morgen für euch alle. Ja, hallo Mark. Ja, Mark, ich auch. Du hast auch mal. Ja, ich weiß nicht, was machen wir denn heute? Du, wir können ein bisschen über Zufall reden. Wie zufällig ist Zufall? Ja, wie zufällig ist Zufall? Ja, ihr heißt beide Mark. Ich habe noch keinen Zufall gehabt. Also du akzeptierst die Magie. Ja, genau. Unheimlich viele Leute sind noch am Schlafen. Wake it, man. Du, es ist eine Cyberspace-Installation. Hier sind alle Stufen. Ja, das ist eine Cyberspace-Installation. Ja, ich bin mal. Ja, ich bin mal. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Video-Spielkrieger, den Spielraster. Alles materielle ist vergegenwicht. Warum ihr die Daten an meinem Computer nicht untersehen gerecht? Darf immer jetzt zu euch. Ich klicke, wenn man nicht vertreten.